Achtung Achtung jetzt wirds wieder heiß und fettig wir spielen mal wieder eine Runde Gitter 5 custom apps zusammen mit Triple D und Tiro. Sag halt Bescheid wenn du Aufnahmen machst. Echt mal ey. Eiskalt. Hallo. Moin moin genau. Oh Gott ey. Keine Ahnung ob die Karren hier für gut sind ne? Ja ich glaub keine Karren ist da für gut. Aber die Kisten hinter dem Rennen. Aber es ist GTA Rennen, zur Nord kann man laufen. Ich starte wieder so scheiße. Das ist so asozial man. Ey was ist los mit dir Fresh? Ja man blockt euch. Ich hab ihn einfach geblockt. Aber komplett. Ganz sicher Hero zieht davon. Was für ein zieht davon ey. Richtiger Tryharder hier. Ja. Oh schön weit links damit man auch hochkommt. Alter ich hab Windshotten. Ernsthaft? Ja. Wallride. Was für Wallride? Was ist hier verkehrt? Was geht? Chillig. Geht echt? Nee der ist ja auch nicht so steil. Ja. Vor allem so voll die Hilfscontainer unten. Woah. Ich hab grad gedacht ich schaffs nicht. Du Wichser. Ich hab auch schon... Waffen sind an. Nein, ich schaff's nicht! Ohohoho, ich schieße schon nicht! Fuck. So muss das. Immer auf die Reifen zielen, hat er gesagt. Wow, hier ist das Ziel! Ja, immer auf Viro's Reifen. Immer auf Viro's Reifen? Ja, der ist schon im Ziel. Ja, lol. Da war schon das Ziel, okay. Interessant. Ey, diese pinke scheiß Ranzkörper. Ein Pink, alter. Das kommt richtig gut. Pink ist das beste. Ja, ich muss sagen, diesmal kommt's gut. Ja, wir sehen uns dann gleich bei der nächsten Map wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück! Mal wieder eine Map von Gabi, Level Asian Slidewall. Ist Gabi Asiate? Hab ich das schon mal gefragt? Ich glaub schon. Gabi, bist du Asiate? Schreib's bei mir in die Kommentare. Dafür musst du erst mal wieder ein Video hochladen. Mach ich doch. Ich bin doch grad voll erreicht. Letztens kam aber die eine Folge, äh, großes Treffen. Ja, ja, von uns erstmal noch. Aber ich hab ja auch jetzt schon wieder eins von uns. Heute kam eine. Die selbe Folge, wie du hochladen hast. Hammer. Wir müssen da hoch. Ich hab's gut gemacht, yes, wir müssen hoch. Nein, wir müssen gar nicht hoch! Wir müssen nicht hoch, wir müssen nicht hoch. Hi! Oh, ich wollte ihn blocken, das gibt's nicht. Oh, das ist auch noch in der Luft, das Ding. Oh, das war schön, das war schön, ey. Nein! Und er will mich blocken. Und ich krieg's nicht! Ja! Come on! Weil ich Schlangenlinien fahren musste. Das gibt es nicht. Ciao, Frisch! Egal, sind eh zwei Runden. Ich hol' ich eh. Ist ja, ist schon mal gute die Aussetzung hier. Ey, ich schaff's immer noch nicht, ne? Ey! 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 Spätestens beim Boy White hab ich heute. Von daher, alles easy. Triple E, das ist erstmal gewinnen in seinem Leben. Von daher, alles easy. Ach, halt's ab. Bin alles, hallo? Ist halt Asian, ey. Wenn nicht auf dem ersten, dann auf dem zweiten gewinne ich. Krieg ja auch grad rum wie ein Behinderter, ey. Nix gegen Behinderter. Das ist halt Slang. Das ist halt Slang. Ja, man sagt's halt so. Ui! Zu weit! Du wickst da da hinten! Was kann ich dafür? Sonst fliegt dir viel, viel zu weit. Du lügst! Natürlich, Brodie. Lügendetektor Hero hat angeschlagen. Man braucht bestimmt Ultra den Speed und er hat's das Ding nicht geschafft. Hero ist auf dem ersten. Sie war kaputt. Ja, weil er hier auch noch hängt beim Wal-Ride. Ich hab den Wal-Ride gerade erst gesehen. Ich bin erstmal falsch gefahren. Vielleicht bin ich da. Ich hab's! Hast du's auch schon gesehen? Ja, come on. Fuck, explodier! Nooo! War fast. Kack Respawn. Auf'm Dach! Ernsthaft, wenn ich hier nicht runterkomme. Komm, zur Runtle? Ja, boah, Alter. Schade. Wir sind ja hart gefeiert, wenn du nicht mehr runtergekommen bist. Oh, nice. Richtig mies. Darum fahren sie, die Schweine. Oh, Kacke. Komm. Dreh dich. Nein! Direkt nochmal, oder was? Ich hab den Funk trotzdem. Kade. Nein! Ich steig aus. Warum steig ich aus? Oh, der Airby-Spawn ist echt für ne Eimer. Ey, ich glaub ich muss den direkt nochmal fahren. Geil. Echt? Oder? Muss ich? Keine Ahnung, ey. Ja, musst du. Probier's noch ein paar Mal. Ja, man spawnt so, dass man wieder... Jaja, musst du. Ui. Ja! Und hier wird's nochmal. Zu wenig Speed! Das gibt es nicht. Bist du schon beim zweiten, Fresh, oder? Ja, ja. Also halt beim Jump nach oben, ne? Aber Trivedi ist auch schon, ne? Der ist vor mir nur. Ahhhh. Nicht da raus. Alles klar. Weg da! Ich glaub ich bin wieder weg vom Flughafen. Ich bin wieder weg vom Flughafen. Ahhhh. Ahhhh. Was mach ich da? Come on. Ich hab das mit dem Grinding mach ich mal. Ich hab das mit dem Grinding mach ich mal. Das ist so bescheiden. Come on, come on, come on. Er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Ohhhh. Und dann kommt er perfekt. Gut, dass ich da Windschatten hatte. Wie Jackie Chan sagen würde, nutze deine Umgebung. Runde 2. Oh, was mach ich da? Ich krieg den Punkt trotzdem. Hihihi. Lucky. Ich bin gerade 2-3 Mal direkt vorm Punkt rausgeflogen. Oh, ich wollt grad schon wieder hochfahren. Haha. Direkt einfach wieder. Ich bin zu weit. Oh, ich hatte gerade den Punkt. Hey, den Penner. Glück gehabt. Äh. Der Typ, die ist hier unten gelandet. Und es sah am Anfang so gut aus. Bis die schwierigen Elemente kamen. Lose. Ja. Lose. Haha. Ich kann das verstehen. Er fährt's halt nicht so auf wie wir, ne? Ja. Meine Kollegen haben ja meistens einfach keine Lust. Aber meine Kollegen sind dann nochmal ein Schrittchen, äh. Ja. Ich musste auch Überzeugungsarbeit leisten, damit hier jemand Custom Match mit mir fahren will, alter. Er ist schon hier. Please. Flush hatte da keinen Bock drauf. Haha. Warum nicht? Ist ja eigentlich mega geil, ey. Weil es einfach nicht konnte. Ja. So wie jeder. Ja. Und dann haben wir ne Wette gemacht. Hahaha. Um Burger. Und, äh, die ersten drei Maps hatte ich gewonnen. Du hast jede auch verloren. Jedes fucking Rennen. Und da hast du einfach direkt gewonnen, Alter. So richtig ein Rose hoch auch noch, Alter. Das war die beste Wette, die ich je gemacht habe. Aber leider hab ich danach auch eine gemacht, wo ich dann wieder verloren hab. Oh, da fliegt grad. Triple E. Ja. Ich bin fresh auf jeden Fall auf dem Fersen. Ach. Bullshit. Easy. Ich hol dich noch. Bullshit detected. Bin's beim zweiten Mal. Hier muss das zweite Mal. Hier muss das zweite Mal. Mhm. Ja. Er hat da oben irgendwas hingelegt. Sehr schön. Zack, da kommt er schon. Macht euch fertig. Macht euch fertig. Boah. Hattest du den Punkt? Ja, ne? Nein. Nein, sagt er. Nein, sagt er. Du bist nicht... Was? Nicht explodiert. Ich hab den Punkt noch gekriegt. Oh, der ist ja echt easy. Oh mein Gott. Das ist richtig. Nicht explodieren, bitte. Yes. Tja, zieh dich hier. Ach komm schon. Ich hieb jetzt auf das andere Dach drauf. Warum bremse ich? Warum bremse ich? Oh, gerade so geschafft. Hier steht noch Nigos Auto. Ja, das ist schon da am Sinn rum, ey. Hat er auch schon gesehen. Da bin ich ausgestiegen mit nem Raketenwerfer. Oh mein Gott. Und jetzt machen wir noch mal einen Knack. Oh mein Gott. Der steht da eigentlich Verdächtige, ne? Ich wollte es noch sagen. Ich wollte es noch sagen, ne? Und dann fährt er direkt ins Ziel, weil er Angst hat, weißt du? Ich stand direkt davor, hab nur noch darauf gemeint. Aber schade, dass Tuttle Dean nicht direkt hinter dir war. Nee, kackt den Wal-Wide grad schon ein paar Mal. Ei, ei, ei. Hoffen wir, dass du es jetzt schaffst, sonst wird es mit dem Ziel verdammt, ey. Geschafft hab ich es, aber ich bin da oben auf dem Dach drauf. Und was mach ich jetzt? Du kannst einfach in die Wand cruisen. Alles klar. Einfach da, genau da. Ich bin erst mal ausgestiegen. Da, genau, da gegenfahren. Weiter. Hä? Du könntest auch einfach hinter dir, ist ne Rampe. Echt? Ja, da war ne Rampe. Für den zweiten Dings halt, ne? Und der ist da schon im zweiten. Aber das wird nicht mehr klappen. Nee, mit dem Ziel wird nix. Wir sehen uns dann gleich bei der nächsten Map wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück. Nächste Map. Meine Barty ist kaputt. Aber das soll mich nicht dran hindern. Falls mal dein Fall ist. Was zum Geil, ist das für ne Hupe, Alter? Ja, die Trucker-Hupe. Ja klar. Wohin muss man überhaupt? Was zur Hölle? Verzieh ich mal hier. Nein. Verkackt. Was? Fall nicht runter. Oh, gerade so. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ey, was mach ich denn hier jetzt? Jetzt komm ich da nicht wieder. Tod. Tod. Was ist los bei dir hier? Egal. Egal. Es ist ja ein Packung. Machst du denn da? Ich krieg euch noch. Was zur Hölle? Bist du sicher? Ich komm da. Ja. Ich block ihn schön weg. Aber richtig schön, ey. Super. Wow, der lag, Alter. Erstmal bin ich da gar nicht hochgekommen. Warum auch immer. Okay. Und Pepper. Boah, was lag das so hier? Ja, ja, genau. Fuck, ey. Man muss da richtig anspannen. Fuck. Shit. Wie lange hat das Respawn jetzt gedauert? Bei mir auch. Hey, ihr seid gerade mal da hinten, weißt du? Ich komm nicht rüber. Ah, Faye, was mach ich? Ich Idiot. Man kann's doch viel einfacher machen. Nein, ey, wo er sich aus dem Maul legt. Hast du es? Ne, hat er nicht. Ne, ne. So, hier nicht. Ah, was mach ich schon wieder? Aber nein, nicht Respawn. Ich kann's von hier schaffen. Was ist los mit mir? Ja, ich land genau auf der Lücke. Ich lande genau dazwischen. So. Jetzt einfach Vollgas. Jawoll, ich bin oben. Oh, endlich. Ich bin oben. Komm, first try. Nein, ich wollte Triple D noch wegrammen, aber... Vergessen, kannst du vergessen. Ich land wieder in der Lücke, das gibt's doch nicht. Wo lang müssen wir denn, Alter? Äh, nach rechts. Da lügt der Eiskalt. Da lügt der Eiskalt. Da lügt der Eiskalt. Wo ist denn das Problem? Nein, schade. Wo ist denn das nah hin? Easy. Easy, sagt er, weißt du. Hat zehnmal hier versucht. Ja. Easy. Alles easy. Easy. Second try. Ich hatte nur einen zwölften oder so. Hallo? Das ist... Meine fällt, das ist voll gut. Das lag bei mir schon wieder. Und der Kerl mit der ungetunten, weißt du? Du, Assi. Wohin müssen... Okay. Wahrscheinlich ist es gut, dass sie nicht getunt ist, weil... Nein, ich hoffe es nicht. Ich könnte auch Assi sein und nicht da lang fahren, aber ich bin kein Assi. Ich wäre jetzt fast den ersten Burgenhof gefahren, Alter. Das habe ich nämlich gemacht. Wollte ich auch. Ich war mir überlegen. Oh mein... Was? Das ist geil, irgendwie... Rückmärkontroller ohne mich zu wahren. Einfach Dreieck. Also, nachsteigen. Nein! Ey, was ist so geil macht der denn da? Gerade schön in Zeitlupe runtergeflogen irgendwie. Nice. Oh, diese Kackrohre hier jetzt. Boah, gerade so hochgekommen. Boah. Schöne Rohre. Schöne Rohre. Ach fuck, der Flieger. Na genau. Auf das Dach kommen, ernsthaft? Ja. War gar nicht so schwer, fand ich. Nee. Bist du über die Mauer? Guckst du einfach so rüber. Einfach so. Fuck. Fuck, was mache ich da? Ach scheiße, er ist ne Kante, da schaffen wir's nicht. Fuck. B. Beat! Beat ist die Lösung für alles. Ich fahr voll gegen die Wand. Ich fahr voll gegen die Wand. Na komm schon. Nein! Wow! Alter, what the fuck? Oh, wo ich hier fliege? Alter, aus dem Kanal. Kommt hier. Kann ich wieder zurück von hier? Stimmt, oder? Nein. Doch klar, guck mal, da vorne ist es doch schon. Machen wir das von hier. Nein! Scheiße. Fuck, was mache ich da? Fäh! Okay, das war... Nein! Komm ich hier raus? Einfach scheiße geflogen war das. Komm ich. Oh, schon wieder? Ach, fuck you! Was geht denn jetzt? Seid ihr jetzt immer noch nicht da oben, oder was? Ich komm da auch grad nicht hoch so richtig. Das nervt ein bisschen. Ey, schon wieder aufs Hunde, oder? Ich komm hier nicht hoch, was ist denn hier los? Ah, hier vielleicht. Eben bin ich so mega übertrieben weit geflogen. Hab ich diesen Container hier mitgenommen. Fuck! Ne. Komm schon. Konzentration! Wer hat schon irgendeine Kack-Rampe erwischt, oder so? Ich hab gar nichts damit genommen. Ach, einfach hoch! Ja, Mann, ich bin oben. Muss relativ gerade einfach sein, hab ich das Gefühl. Relativ gerade, sagst du? Okay. Ja. Dann kommt man irgendwie höher. Das muss ich hier... Oh, viel zu weit, viel zu weit! Oh, viel zu weit! Oh, viel zu weit! Oh, viel zu weit! Bin ich hier richtig? Come on. Nein, bist du nicht. Doch, bin ich! Wie bist du da hochgekommen? Ja, easy! Respawn mal, Alter! Was ist los mit dir? Und dann? Und dann über dieses Ding, über das Dach fahren. Ganz, ganz außen. Ja, komm. Über diesen Bogen da. Ganz außen drüber? Ja. Das sieht voll... Ach! Nein! Oh, come on, ich schaff's nicht! Das gibt es nicht. Komm schon, da ist das Ziel, Alter! Laber doch keinen! Er ist schon im Ziel, lächerlich. So, ich hab nichts. Jego hat's. Fuck! Fuck! Jetzt kann ich da nicht rein, oder was? Können wir mal noch auf dieses Dach nicht drauf, was zur Hölle? Ich bin über den falschen Bogen scheinbar gefahren. Ja, irgendwie muss ich da jetzt reinkommen, schnell. Okay. Bevor die Geier hier ankommen und abstauben. Nein! Und so bescheuert an der Kante hinbleiben. Yes! Wo bist denn du über den Bogen gefahren, hier? Schillig im Ziel. Hier drüber, oder was? Warte, ich guck grad bei Triple E. Ich rutsche. Jedes Mal! Ich komm da nicht rüber. Achso, du bist runtergefallen, oder? Jaja. Genau, ganz außen über dieses weiße Ding fahren. Hier! Und dann? Fullspeed? Ja, einfach so, dass du... Ja, jetzt Fullspeed und weiter. Ah, jetzt hab ich's. Nach 100 Jahren, ne? Jero muss wieder Instruktionen geben hier. Anders wird das nix. Ich hab das genau so ein paar Mal versucht. Schon wieder gewonnen, Leute. Ich gewinn die ganze Liste. Na endlich! Außer das erste... Wo ist denn das denn? Ach, hier oben! Ja, einfach gegen die Wand cruisen. Alter, da ist ne Rampe! Hä? Kannst du aber auch einfach gerade gegen die Wand backen. Okay. 5,8 oder was? Ja, 5,8 oder was? Bist du ein Ziel? Ja, geil. Ja. Ja, ich glaub, beenden werde ich tatsächlich mehr. Er steht einfach rum. Ich bin mega vom Motorrad abgesattelt. Mach ich jetzt drüber? Da musst du drüber, genau. Er macht's einfach so. Muss da rüberballern. Ah, ja, ja, ja. Könnte es aber auch noch Suizid begehen, oder so. Könnte ich noch machen, ne? Schafft er nicht mal Suizid. Ah, ja, ja, ja. Ja, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpasst und wollt ein Abo. Schaut da bei den anderen vorbei. Bis dahin.